Rote-Rosen-Vorschau Folge 3563 Katrin will Leos Patientenverfügung nicht akzeptieren. Sie ist sicher, heute hätte er nicht so unterschrieben. Britta und Hendrik verstehen sie, aber ihnen sind die Hände gebunden. Katrin fleht Leo an, sie nicht allein zu lassen. Und tatsächlich, Leo wacht auf. Merle bekommt bei der Vorbereitung des Politikers Beat Datings nun doch Hilfe von Gunther. Die vier haben Angst, dass Merle sich übernimmt. Dörte, Ben und Tina. Philipp flirtet weiterhin mit Carla, doch die bleibt standhaft. Durch Sarah kommt Philipp auf die Idee, seinen Wein und die Austern im Tourismusbüro anzubieten. Carla ist davon nicht angetan. Simon und Sarah sind glücklich zusammen. Sarah ist erleichtert, dass Simon immer besser in seine Vaterrolle hineinwächst. Deshalb schwindelt sie Johanna an, als die nach dem Vater ihres Babys fragt. Franzi ist sauer, weil David sich nicht meldet. Als sie sich mit einem alten Kumpel ablenken will, meldet er sich doch. Aber die Enttäuschung ist groß, er möchte keinen Besuch. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020